Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's mit Minecraft Dungeons Infos. Lange nichts mehr gehört von mir, das ist richtig. Ich werde euch am Ende des Videos auch unseren Zweitkanal vorstellen, wo wir, also Johnny, Berkant und ich einfach ein bisschen gamen, bis eben dann Minecraft Dungeons hier rauskommt. Deswegen ist es auf dem Kanal hier auch ganz einfach so ruhig. Ja, warum ist es hier so ruhig? Weil wir keine Infos bekommen von Minecraft Dungeons. Ich bin in der Zwischenzeit, das ist meine persönliche Meinung, bitte nicht gleich wieder hier einen Daumen nach unten geben. Ich bin der Meinung, dass Minecraft Dungeons gar nicht in April erscheint. Einfach weil es viel zu ruhig ist und es gibt keinen Grund ruhig zu sein, wenn man weiß, Minecraft Dungeons kommt im April raus, dann mache ich doch Halligalli, dann mache ich Werbung, dann mache ich Marketing, dann haue ich hier ein Video nach dem anderen raus und da nichts an Informationen rauskommt, kann ich natürlich auch hier keine Informationen weitergeben. Was soll ich denn machen, wenn nichts rauskommt? Das war das gleiche Problem wie mit Hytale. Ich war sehr gehypt von beiden Spielen, aber wenn nichts rauskommt an Informationen, kann ich nichts auch dazu machen. Meine Frage an euch, habt ihr schon Informationen bekommen zur Beta? Hat irgendjemand von euch schon den Schlüssel zur Beta bekommen? Ich habe mich damals angemeldet und nie wieder was bekommen, nie wieder irgendeine Info. Wer da Bescheid weiß, der soll einfach mal was drunter schreiben. Ja Mojang, sehr ruhig, das Studio, Xbox Game Studios, auch keinerlei Informationen, Erstveröffentlichung immer noch April 2020. Und wenn wir mal so gucken hier auf die Website, die immer noch extrem, also für meine Begriffe fast schon peinlich, einfach gestaltet ist. Da ist auch nichts, da steht immer noch Frühling 2020, das sind die Informationen, die wir vor vier Monaten oder vor drei Monaten auch schon hatten. Da steht einfach nichts mehr drin, als ein paar Bilder und ein paar Texte für so ein großes Spiel, fast schon unwürdig, fast hier sich so zu verkaufen. Ich verstehe es einfach nicht. Und auch hier, das sind uralte Informationen vom November 2019 Release Zeitraum eingegrenzt. Und man sieht es auch, wenn man so ein bisschen hier so sucht, wie hier zum Beispiel bei WinFuture, einfach mal Minecraft Dungeons angibt. Da kommt nichts. Warum? Weil einfach keine Infos da sind. Das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Ja, wenn man auf die Twitter-Seite geht, dann hat man hier also ebenfalls nichts. Das ist hier vom September 2019. Das ist der Trailer, der mich so gehypt hat. Dann haben wir hier, das ist das Aktuellste vom 21. Februar. Wir haben jetzt den 28. Februar. Das ist ein 9-Sekunden-Ausschnitt aus einem Video. Ich bin da extrem enttäuscht, dass es einfach nicht mehr kommt. Und ich weiß nicht, ich bin einfach der Meinung, das wird verschoben, ein bisschen, ja, sehr leise alles noch ein bisschen nach hinten gezogen. Weil sonst würde man uns doch viel mehr Informationen geben. Man würde uns schon mal auf die Beta heiß machen und hier einfach die Leute einladen, um das Spiel zu spielen. Das ist vom Dezember 2019. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, wir haben hier Minecraft Dungeons auf YouTube. Auch hier ganz wenig los, wenn wir da mal so gucken hier. Ja, da haben wir also hier Minecraft Dungeons. Ich war am Anfang sehr von Minecraft Dungeons Tagebücher gehypt. Weil das war eine tolle Idee, mal zu gucken, hinter die Kulissen zu schauen, was passiert da, welche Informationen kriege ich da. Und ich war am Anfang auch absolut gehypt. Ich habe ja auch hier dann wirklich die Tagebücher auch übersetzt. Hier, ja, hier Reaction-Videos zu Minecraft Dungeons Origins. Und die Tagebücher habe ich dann auch noch übersetzt ins Deutsche und habe versucht, möglichst viele Informationen zu sammeln. Aber das ist dann alles, ähm, das hat sich alles aufgelöst in nichts, weil einfach nichts mehr kommt. Ich habe mir dann das hier noch angeguckt, das Gameplay, das war wirklich noch interessant. Aber da war schon wieder nicht mehr so viel Neues an Informationen da. Und da habe ich schon gewusst, dass irgendwie Leute, das ist zwei Monate her. Es müsste doch wenigstens mal die Ankündigung kommen, dass die Beta langsam anfängt. Vielleicht ist sie schon an mir vorbeigegangen und ich habe gar nichts mitgekriegt. Wird Minecraft Dungeons verschoben? Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke ja. Ich denke ja, da kommt nichts. Das wird entweder, keine Ahnung, verschoben oder, ja, vielleicht machen sie es ja wirklich so, dass dann einfach mal ein Video rauskommt. Und PANG! Jetzt kommt dann die entsprechende Beta. Ähm, aber nach dem, was bis jetzt abgelaufen ist, wird es kein PANG geben, sondern das ist alles so müde und so schläfrig. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich Marketingchef wäre, ich würde hier ganz andere Knaller raushauen für die Fans. Also momentan ein bisschen enttäuscht, aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf, denn Minecraft Dungeons wird rauskommen. Da bin ich absolut, ähm, der Meinung, das wird rauskommen. Und dann wird es auch ein Erfolg werden, dann werde ich auch Spiele machen. Aber ich bin der Meinung, es wird nicht im April 2020 rauskommen. Denn dann wird man eine andere Marketing-Schiene fahren und auch viel mehr Infos raushauen. Ja, das war's zu dem Thema. Hier noch der Kanal, ähm, wo ich momentan aktiv bin, Johnny & Friends Gaming. Das ist ein Kanal, da spielen wir momentan, da haben wir auch immer wieder mal Videos raus. Ähm, ich mache mehr hier King of Retail. Das ist so ein Verkaufssimulationsspiel. Und, ähm, ja, Johnny, der spielt hier eben Rocket League oder hat mit Pirino hier mal ein bisschen Fortnite wieder gezockt oder GTA, ähm, gezockt. Das könnt ihr jederzeit euch anschauen. Landwirtschaftssimulator hat Berghantier gespielt. Und, ähm, vielleicht könnt ihr uns ja, wenn's euch hier interessiert, den Kanal abonnieren. Was ist eure Meinung? Denkt ihr auch, dass Minecraft Dungeons im April rauskommt? Schreibt's mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, abonniert auch den Zweitkanal, den Gaming-Kanal von uns. Und wir sehen uns, sobald es wieder neue Infos gibt. Ich würde ja lachen, wenn ich jetzt das Video hier hochlade und veröffentliche, dann kommt wahrscheinlich gleich morgen die Info, dass Minecraft Dungeons im April rauskommen wird. Hoffen wir's. Bis dahin. Alles Gute und viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Euer Nils. Ciao. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.